Einen wunderschönen guten Tag, guten Abend, guten Nacht oder wann auch immer ihr dieses Video hier seht. Ihr seht, ich bin schon wieder unterwegs im Auftrag der Serie Meerwasser für Anfänger und ja, ich fahre gerade durch den Tunnel. Düsseldorf, genau, richtig. Und zwar bin ich jetzt erst mal auf dem Weg zu Norbert, der hat ein paar Fischies da und die gehe ich jetzt abholen und fahre dann anschließend weiter zum Thorsten. Bei Thorsten werden a die Fischies eingesetzt, b wird neue Technik installiert und was das dann alles genau ist, werden wir dann dort vor Ort sehen und vor allem warum wir neue Technik installieren, weil das, was installiert ist, sah ja eigentlich gar nicht mal so schlecht aus, aber, und das aber, das klären wir dann später. Also, in diesem Sinne, es wird spannend, es kommen wieder einiges an Themen, warum, deshalb, wieso und ja, wir sehen uns dann später. Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Anmoderation habe ich ja schon im Auto gemacht. War bei Norbert. Von Norbert aus und hierhin. Ja, ich muss mal sagen, wir sind jetzt morgen in... Morgen vor zwei Wochen. Morgen vor zwei Wochen haben wir gestartet hier und ich blende euch gleich mal schon mal einen Schwenk durchs Becken mit ein. Es ist einfach grauenvoll. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Es ist wirklich absolut grauenvoll, wie dieses Becken hier steht. Wir haben tatsächlich, habe ich gerade eben gesehen, hier unten an der Confusa, haben wir auf der Rückseite ein bisschen Algen. Also da musst du sofort dran. Also das geht so nicht. Der geht gar nicht. Nein, also man muss pauschal sagen, dieses Becken steht hier wie eine 1, wie eine Bombe. Und letzte Woche sind die ersten Lebewesen eingezogen. Ne, vor 14 Tagen sind die ersten Lebewesen eingezogen. Nämlich die Korallen. Haha. Also Korallen sind Lebewesen. Wer es noch nicht wissen sollte da draußen. Und eine Woche später bist du hingegangen und hast dann hier bei Wunschkoralle war das glaube ich. Wunschkoralle in Karm, ja. Der hat, habe ich mir vier Hummelschnecken geholt. Die sind so kleiner, die fressen Detritus und auch kleinere Parasiten sollen die fressen. Dann habe ich mir sechs Mexikaner Turbus geholt und das sind absolute Rasenmäher. Also wirklich Rasenmäher. Ich hatte überall so kleinen grünen Aufwuchs bekommen. Und wie man jetzt sieht, alles weggefressen. Ich habe nicht geputzt. Das Einzige, was ich gestern Abend mal geputzt habe, waren die Seitenscheiben. Aber sonst Boden nicht geputzt, Rückwand nicht geputzt, oben die Nipsel nicht geputzt. Das haben alles die Schnecken wegrasiert. Also man sieht im Endeffekt, du hast eine leichte Partina auf den Scheiben, aber das ist wirklich geringfügig. Hinten an der Rückwand blende ich gleich auch mal ein. Das ist eine von diesen Tischtennisbällen. Weil die sind pauschal ungefähr so groß. Das ist natürlich auch die richtige Größe hier. Also die verrichten genau die Arbeit, die sie verrichten sollen. Gehen dann in Aufwuchs dran. Der, der jetzt im Endeffekt ja momentan halt auch vernichtet werden soll. Ja, da an der Confusa, da kann dann, wir kommen nicht überall hin. Das muss man jetzt auch dazu sagen. Wir gehen jetzt diese Woche den nächsten Schritt. Und ihr seht es wahrscheinlich da unten schon im Technikbecken. Sieht man das? Ja, sieht man. Wie ich habe beim Norbert habe ich Fischis organisiert. Die haben wir uns vor 14 Tagen da schon reserviert. Streifen, Streifenzwergkaiser, Dispinosa sind das. Genau. Ich blende den wissenschaftlichen Namen nochmal ein. Ihr wisst, ich habe es dann nicht so mit. Das ist ein Pärchen, neun Jahre alt. Die hat ja auch eine Beckenauflösung. Also stabile Tiere. Ja. Das ist schon mal Daumen hoch. Also das ist schon mal sehr, sehr gut. Und die bringen uns im Endeffekt jetzt das Ammonium ins Wasser. Die bringen Phosphat mit ins Wasser durchs Füttern. Das Nitrat, beziehungsweise den Stickstoff, den wir dann im Endeffekt brauchen. Und das ist jetzt der nächste Schritt. Bis jetzt sind wir ja hingegangen und haben hier über die Nutriton N und P die Versorgung gemacht. Und jetzt kommt halt das Futter dazu. Und jetzt kommt dieser Balanceakt rauszufinden, was muss ich zu dosieren? Wie viel Futter muss ich reinpacken, damit meine Fische zufrieden sind? Die sind übrigens nie zufrieden. Die fressen 24,7 wenn sie könnten, dann hast du anschließend einen Kugelfisch. Aber grundsätzlich vom Füttern her so machen, dass das Futter, was eingegeben wird, durch die Tiere im Endeffekt innerhalb von zwischen 30 Sekunden und einer Minute weg sein sollte. Dann kann sich auch nicht so viel im Riff ablagern. Das ist erstmal der Punkt. Ja, ich würde sagen, wir setzen die Tierchen eben ein und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Ja, Ladies and Gentlemen, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Klar, logisch. Die Tierchen haben sich jetzt ein bisschen versteckt. Die sind relativ, ich sage mal, relativ groß. Also ungefähr in dieser Größe. Ich blänze gleich nochmal ein, wenn sie nachher eingefangen kriege. Sind für dieses Becken, ich sage mal, grenzwertig tatsächlich von der Größe her. Aber der schadet ja schon fast wieder mit den Hufen, weil das Becken, das läuft ja jetzt gerade erst mal 14 Tage hier. Und hier auf die Wand möchte sich dann das nächste hinstellen und zwar auf die komplette Wand. Ich werde ihn ein bisschen einbremsen, also von einem Dreivierteljahr auf einem Jahr nicht. Weil es ganz einfach, definitiv erstmal ums Kennenlernen, um Handhaben etc. gehen soll. Und das machen wir dann dementsprechend erstmal mit dem Kleinen hier. Aber es wird ein größeres Auskommen, definitiv. Das heißt, wir können also diese Tiere auch definitiv hier vernünftig einsetzen. Ja, das nächste Problem, was wir hatten und haben, ist tatsächlich hier unten unser Abschäumer. Ihr seht, der läuft, ja. Ihr seht aber auch, hoffe ich. Ansonsten blende ich es nochmal ein. Der steht hier unten auf einem Podest, damit der so läuft. Wir haben hinten eine Möglichkeit, den Wasserstand zu regulieren. Ja. Aber wir können es nicht so weit runter regulieren, dass der vernünftig laufen würde. Hier in diesem Becken. Ich habe schon von vielen gehört, dass der nicht so schön einzustellen ist, wie eigentlich gedacht. Wie es sein sollte. Und von daher haben wir uns im Endeffekt jetzt dazu entschieden, von Aquabie uns den 160i DCI zu holen. Der ist für Aquariengröße von 250 bis 650 Liter. Das heißt, wenn hier noch ein Zwischenstep kommen sollte, schauen wir mal, haben wir schon mal den passenden Abschäumer dafür. Aber er lässt sich auch definitiv, weil es ein DC ist. Mit einem regelbaren Netzteil, also sprich mit einer regelbaren Pumpe und einem vernünftigen Keilrohr so gut einstellen, dass wir den hier auch vernünftig betreiben können. Weil momentan, wie ihr seht, wird ja Material da unten rausgeholt. Aber der holt uns meiner Meinung nach zu viel raus. Ich möchte den gerade in der Anfangsphase jetzt hier trockener haben, weil das Material, was wir durch das Nutriton N und P reinkippen, ist ja im Endeffekt für die Korallen gedacht. Und das zieht ja uns raus jetzt hier mit Masse. Zu schnell. Weil wir auch nicht richtig justieren können. Also ich werde mir noch irgendwann noch mal vornehmen. Aber so einfach, wie es tatsächlich mit dem Aquabie geht. Und du hattest ja auch gesagt, dass gegebenenfalls dieses Becken eine Etage nach oben wandert. Ins Büro dann mal. Ins Büro. Und somit brauchen wir natürlich auch Technik, die Bestand hat. Und das haben wir natürlich mit dem Aquabie-Abschäumer. Gut, dann nehmen wir mal einen Tisch und packen das gute Stück mal aus. Ja, Ladies and Gentlemen. Da sind wir am Tisch mal wieder. Der übliche hier vor Ort. Ja, wird sich auch nicht ändern. Nee, erstmal nicht. Wir haben hier erstmal einen Kaffee vorbereitet. Weil könnte was länger dauern. Könnte wichtig sein. Und ja. Aquabie-Kurve i160dc. So, jetzt haben wir es. Wie ihr seht, im OVP. Dieses super Teil hier. Die kleinste Riffsäule der Welt. Gehört nicht zum Lieferumfang. Einmal bitte auf Seite legen. Bevor ich hier gerade auf dem Tisch mache oder sowas. Dann kriege ich nämlich Ärger mit der Hauschefin. Und dann gucken wir erstmal hier, was wir alles kriegen. Also, erstmal hier der OVP. Da gehen wir jetzt gleich dran. Dann haben wir hier so ein schön rosa eingepacktes Gerät. Ich befürchte, das ist der Controller. Der ist beim 160 und beim 130 mit einem süßen kleinen Poti. Also stufenlos einstellbar. Das Ganze. Und mit einem An- und Ausschalter. Hier unten haben wir die Anschlüsse für den Abschäuber selber. Und einmal für die Stromversorgung. Und ein Kontrollnämpchen, ob Saft drauf ist. Da unten. Dann haben wir die Stromversorgung, die immer sehr wichtig ist. Und da bin ich dann auch immer froh, wenn ich solche Geräte hier in die Hand kriege. Nämlich die guten Minual-Netzteile. Die arbeiten nämlich schön sauber. Bringen immer zu 99% die gleiche Spannung. Heißt im Endeffekt auch, das Ding läuft so, wie es laufen soll. Qualitäts-Netzteile lege ich großen Wert drauf. Die Firma Aquabie auch. Und somit, ja, definitiv auch wieder ein Pluspunkt. Wir müssen natürlich jetzt sagen, dass dieser Abschäuber nicht der günstigste ist. Im Vergleich zu, meinetwegen, einem Aquamedic. Im Vergleich zu einem Nios. Der hat eine Kleinigkeit gekostet. Liegt offiziell laut Liste, glaube ich, bei 600, 650, circa. 646, 650, so in dem Dreh rum. Du hast den bei Reefdeck bestellt. Und der war auch innerhalb kürzester Zeit hier. Dafür nochmal dicken Daumen hoch an Reefdeck, dass er so schnell reagiert hat. Und das so, ja, im Prinzip, ja, das hast du Anfang der Woche bestellt. Und Mitte der Woche war er schon da. Sonntag bestellt, Mittwoch war er da. Das ist schon krass. Also, ja, ist schon fast Amazon-like. Also, egal. Ihr wisst, was ich meine. Wir gucken uns jetzt hier mal etwas genauer an. Das kann man aufmachen. Hier ist noch ein Handy am Piepsen. Einmal nach unten weg. Und dann schauen wir nochmal, in welchem Zustand wir das hier alles bekommen. Er ist im Prinzip zu 90% vormontiert. 90% heißt, wir sollten definitiv alles nochmal überprüfen und uns alles anschauen. Wir haben einmal hier eine entsprechende Zuleitung. Die ist, glaube ich, blende ich ein, so und so viel Meter lang. So, dann haben wir hier unten die Möglichkeit, das ganze Gehäuse zu öffnen. Das geht aber erst, wenn du den rausgezogen hast. Vorsichtig, genau. Dann wird das Ganze verdreht. Das ist ein Bajonettverschluss und einfach nach oben weggezogen. So, dann haben wir hier unten Motoreinheit. Da geht die Klappe schon ab. Dann müssen wir einmal kurz schauen, ob alles okay ist. Wir haben hier den Schaumverteiler drauf. Der ist auch schön fest. Bei dem ist es wichtig, dass der mit der Montageschraube so ausgerichtet ist, dass er nicht ans Seitengehäuse drankommt. Und dass diese Öffnungen hier regelmäßig gereinigt werden. Habe ich jetzt bei meinem gesehen, gemacht neulich, sah ganz schön schlecht aus. So war heftig. Wir machen mal ganz kurz einen Schnitt. Ich muss mich eben trockenlegen. So, bin ich wieder. Also, der Blasenverteiler ist wichtig, dass er so ausgerichtet ist. Der hat hier hinten bei dem 160er sind keine Bohrungen drin. Die gehören nach hinten. Anders kann man ja eigentlich auch gar nicht montieren. Wir haben hier unten die UP2000-1. Das ist die Skimmerpumpe. Die lässt sich eigentlich relativ einfach abmontieren. Machen wir jetzt einfach mal. Da ist eine Verschraubung. So, dann haben wir im Prinzip die Einzelteile hier. Und dann können wir, Moment, lass mich eben gucken. Genau. Die Kappe abnehmen. Hier unten die Öffnung der Schwalbenschwänze. Und dann kann man die, wenn man die hier sauber drauf packt, nach hinten rausziehen. Und hat die Pumpe in der Hand. Das ist auch alles hier ohne Werkzeug zugänglich. Bei den größeren Modellen ist es so, dass die Grundplatte hier noch einen zusätzlichen Ring drauf hat, weil der Topf an sich höher sein muss. Aber der 160er, der geht halt tatsächlich noch ohne Werkzeug. Das ist sehr schön. So, beim Abziehen sehr vorsichtig sein. Die Welle steht ein Stück hier raus. Also nicht verkannten. Also wenn es aufgesetzt ist, leicht nach oben rausziehen. Gerade nach oben rausziehen. Ansonsten bricht die Welle und dann hast du ein Problem. Dann funktioniert nämlich der Rest nicht. Ja, und dann haben wir hier das gute Dispenserrad, was dann die Luft zerschlägt und dann diese wunderschönen feinen Blasen erzeugt. Beim Einsetzen wieder darauf achten, nicht einfach nur klack rein, sondern gut festhalten hier oben. Vorsichtig einführen und gucken, dass es halt auch im unteren Loch drin ist. Was auch wichtig ist, mache ich jetzt gleich mal ein Foto von, auf der Unterseite ist eine Aufnahme. Ja, da unten drin, die haben wir hier oben auch. Diese Aufnahmen, da gehe ich dann einmal mit dem Finger dran, einmal nach unten drücken, gucken, dass die auch richtig in der Führung drin ist. Wenn die ein Stück hochstehen, dann kann es sein, dass es eine leichte Akustik gibt. Die müssen also immer richtig sauber in ihren Passungen drin sein und dann ist das auch ohne Probleme, dann läuft der auch vollkommen geräuschlos. Hier vorsichtig einsetzen. Der hat im letzten Drittel unten zieht der so ein bisschen und dann halt unten in die Führung rein. Den einfach gerade aufsetzen. Den kann man erstmal noch weglassen und dann wirklich von oben gerade drauf, sodass der sauber überall gleichmäßigen Abstand hat. Und dann den Bajonettring drauf, leicht drunter drücken, verdrehen, sodass der auch links und rechts sauber eingerastet ist. Und dann kann die Pumpe wieder eingesetzt werden. So. Und für diejenigen, die nicht wissen, wie rum das Ganze dann wieder aufkommt, einmal haben wir hier hinten die Führung fürs Kabel. Und zum zweiten haben wir noch einen Pfeil drauf, in welche Richtung die Pumpe aufgesetzt werden muss. Ja, also, beziehungsweise dann abgezogen. Entgegen des Pfeils die Pumpe wieder draufsetzen. Dann haben wir hier hinten auch die Öffnung für den, für das Kabel. Ich muss mich wieder trockenlegen. Es ist, nein, hier drin ist es nicht warm. Ich habe einfach zu viel, was mich wärmt. So. Weiter geht's im Text. Die Verschlusskappe wieder drauf. Na, oben, unten. Weil die sorgt im Endeffekt dafür, wenn nachher hier vorne die, die die Fußauteröse drauf ist, dass die Pumpe dann auch in Position bleibt. Weil die Kappe sorgt dafür, dass hier unten der Schweibenschwanz im Prinzip dann dementsprechend auf Position ist. Sollte das mal nicht passen, sollte hier an der Seite ein Ritz entstehen. Und beim laufenden Betrieb kann man das Keilrohr abnehmen, zeige ich gleich mal, und die Pumpe dann von hinten wieder herandrücken. So, dann setzen wir das jetzt hier wieder auf. Die hat hier oben auch einen kleinen Abstand. Und dann wird einfach nur die Hülse hier oben eingedreht. Ein bisschen fester gucken, dass es gleichmäßig ist. Wie fest sieht man das? Handfest. Unser Handfest oder normales Handfest? Beides hält. Okay. Ich weiß, unser Handfest ist ein bisschen mehr. Wie gesagt, bei den Diffusordüsen oder bei dem Schaumverteiler hier drauf achten, dass die Düsen alle frei sind. Also die sollte man auch mal öfters sich ein bisschen zwischennehmen. Ich habe es jetzt tatsächlich bei meinem gehabt, der hat jetzt glaube ich dreieinhalb oder vier Monate gelaufen. Und es war eine braune Fläche mit ein paar Löchern drin. Weil die Luft hat ja irgendwann mal durchgedrückt. Die durchkommt, die Luft, aber nicht mehr in der Form, als wenn dieser Schaumverteiler tatsächlich dann im Endeffekt frei wäre. Ja, so, einmal den Body, bitte. Ne, 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 noch nicht, noch nicht. Wir gehen erstmal kurz hier und den Schaumtopf ab. Der ist übrigens nur aufgesetzt. Kein Bajonettverschluss oder ähnliches. Der hat hier unten eine Dichtung. Da kommen wir jetzt gleich zu. Dann haben wir hier, nochmal eben auf Seite, haben wir die Möglichkeit, das Keilrohr so rauszunehmen. Hier oben ist eine Skala dran, die ich dann dementsprechend einstellen kann. Oder mir auch dann auf Position runterziehen kann, da wo ich sie haben will. Dann haben wir unten die Aufnahme, das Tierstück. Ah, komm raus. Und ihr seht schon, kurzes Stück nach unten, langes Stück nach oben. So gehört sich das. Und wir haben eine Gummidichtung, die an das Gehäuse angepasst ist. Das heißt, wenn wir die einsetzen, muss sie auch vollständig sauber überall anliegen. Die hat ein kleines bisschen Spiel. Und wenn da jetzt das Teestück reinkommt, hat die kein Spiel mehr. Dann sitzt die nämlich fest dran. Und das Keilrohr von oben eingesetzt. So, und das ist jetzt tatsächlich schon so, dass es hier oben sauber drauf anliegt. Wenn da Max steht, also wenn der Pfeil hier auf Max ist, dann haben wir die maximale Öffnung. Das heißt, den geringsten Wasserstand. Steht da oben auf, dann ist das Ding hier zu und das Ding quillt über. So, dann haben wir hier noch unseren einstellbaren Schalldämpfer. Hier drüber könnten wir, wenn wir wollen, die Luftmenge auch noch regulieren. Wir haben also mit diesem Gerät hier drei Möglichkeiten der Einstellung. Wir haben einmal den Wasserstand, den wir über das Keilrohr einstellen können. Wir haben die Motorleistung, die wir den Controller einstellen können. Und wir können die Menge an Luft noch reduzieren oder aus Maximum stellen. Also ich gehe grundsätzlich hin und habe das Ding, wollte das Programm offen. Aber das wären noch Einstellungsmöglichkeiten, wenn wir jetzt Probleme hätten. Und hier oben würde dann die pH, die CO2 Absaugung dran kommen? Du meinst den Atemkalk. Genau, den meine ich. Ja, der würde dann dementsprechend da aufgesetzt. Also sprich, man hat eine extra Kartusche, wo drüber die Luft angesogen wird. Und dann wird das Ganze hier oben angeschlossen. Zusätzlich hätten wir noch eine Möglichkeit, wenn wir das wollen, wenn es notwendig ist, Ozon hier mit zu verbauen. Dafür bräuchst du aber eine separate Düse. Die gibt es bei Aquaby. Ich glaube, es kostet 10, 15, 20 Euro. Die hat dann eine separate Bohrung, wo du dann direkt den Ozonanschluss hier an der Düse anschließen kannst. Das heißt, du musst das Ozon nicht zusätzlich zuführen. Das ist auch in Verbindung mit Atemkalk nicht gerade ratsam, weil das beides reagiert. Ein bisschen Ozon ist da sehr radikal. Wird dann direkt selbstständig, so wie bei mir auch, über diese Düse gezogen. Gut, zum Verbauen, darauf achten, dass das Gäbelchen hier hinten in der Führung ist. Und wir haben nur eine Möglichkeit. Da, wo das kleinere Loch ist, das ist vorne. Verdrehen und auch jetzt diese Schräubchen leicht anziehen, bitte. Leicht. Okay. Wenn wir jetzt handfest sagen, es sind Kunststoffschrauben. Und wenn der Bär da drüben das Ding anzieht, dann ist Feierabend. Wir sollten auch darauf achten, dass wir hier reingucken, dass wir einen gleichmäßigen Abstand links und rechts rundherum haben. Aber das ist auf jeden Fall gegeben. Und da haben wir das schon. Seht ihr das? Hat sich verschoben. Jetzt haben wir die Problematik, dass man das von hinten gegendrücken müssen, weil das Gehäuse nicht hundertprozentig ausgerichtet ist. Ob das jetzt das Gehäuse ist oder wie auch immer. Also leicht am besten das Gehäuse loslassen. Meine Angstschweiß, dass ich irgendwas kaputt mache oder Mist hier erzählt. Aber letzteres zu ich ja grundsätzlich. Wurde mir ja irgendwann mal bescheinigt. Zack. So haben wir es. Jetzt kann ich auch von hinten nochmal gegendrücken. Die muss eigentlich... So war es richtig. Also die Schrauben erst anziehen, wenn die Ansaugung, die Diffusordüse vorne drauf ist, leicht anziehen. Dann haben wir auch die richtige Position. Dann ist es auch nicht nötig, von hinten nochmal nachzufassen. Aber das wäre dann halt jetzt genau die Situation gewesen, die ich zeigen wollte. Dass halt das möglich ist, dass die Pumpe dann halt auf Position geschoben wird. So, lege ich hinten wieder. Da muss man ein bisschen fester zupacken, weil das noch nicht... So, da kommst du. Das ist noch ein bisschen schwergängig, aber das ist normal. So. Zack. That's it. Dann haben wir die Einheit schon mal fertig. Kommen wir zum Schaumtopf. So, trockengelegt, ein bisschen Kaffee getrunken, weiter geht's. Dann haben wir hier noch unseren Topf. Der ist schön zugeklebt, weil da sind noch Zubehörteile drin. Die sind wichtig, weil da sind auch Ersatzteile dabei. Direkt schon im Vorfeld für die zu starken Leute. Das finde ich gut. Ja, da haben wir hier einmal kleine Schräubchen, die hier unten dran kommen. Dann haben wir ein Ersatzschräubchen unten für den Motor. Dann haben wir ein Mikro-Schräubchen, wo ich keine Ahnung von habe, wo es hinkommt. Wo sitzt du? Egal. Muss ja irgendwo einen Sinn haben. Und wir haben eine Ersatzschraube hier oben für den Schaumverteiler. Wichtig, weg tun, gut weg tun, damit man dann, wenn man es braucht, nicht wiederfindet. So, dann haben wir hier noch einen wunderschönen Abstellsperr-Harm. Der kommt jetzt gleich am Ende des Schlauchs drauf. Da kannst du dir noch ein anderes Stück Schlauch dran machen, wenn dir das nicht lang genug ist. Und wir haben natürlich die Möglichkeit, ich komme raus da. Keine Ahnung, keine Kekse. Dieser Topf hat hier unten die Möglichkeit. Hier. Ich kann dir auch sagen, was für das rote Ding da ist. Das kommt da unten in den Schaumtopf rein. Das wäre, ja, aber da ist noch eine ganz kleine Schraube drin. Ach, die? Ich sehe. Okay. Die habe ich jetzt auch noch nicht gesehen. Nein, die habe ich auch noch nicht gesehen. Warte mal. Ich habe da eine Idee. Genau. Das ist eine Ersatzschraube für die Füße. Aber das ist kein Ersatzfuß dabei. Verdammt. Auch noch. Da. Doch. Also. Ablassschlauch ist praktisch, wenn man relativ viel abzuschäumen hat. Der wird einfach ganz normal hier oben aufgesetzt, so weit wie möglich drauf nach Möglichkeit, damit er sich nicht selbstständig löst und die ganze Plurre wieder zurück ins Becken läuft. So, dann haben wir die Möglichkeit zu sagen, setzen wir mal hier oben drauf, ist einfacher. Wir nehmen diesen wunderschönen Stopfen. Das ist aber immer, ja, wenn ich dir... Ne, ne, doof. Geht. Man kann aber genauso gut diesen wunderschönen Hahn hier nehmen, noch einen Schlauch dran machen, so wie ich das gemacht habe. Und dann lege ich mir den hier zwischen. Und dann kann ich mir den dann nehmen, wenn ich ihn brauche. Das heißt, den Stopfen kannst du auch wegpacken. Ja, dann haben wir hier im Topf selber noch eine entsprechende Anzeige dran. Bubble Level. Bis dahin sollte dann eingestellt werden, Minimum und Maximum. Bei einem ganz frischen Becken ist das jetzt erstmal, ich sag mal, würde ich ungefähr bis hier unten versuchen, einzuregeln. Und gucken, was passiert. Weil, wie eben auch schon gesagt, wir haben vor, hier erstmal nicht so viel an Material rauszuholen, weil unsere Korallen das ja erstmal brauchen. Wir müssen erstmal Material reinbringen. Wenn man dann, der Abschirmer dann, sagen wir, unter das Becken so einen Monat oder anderthalb läuft, dann kann man mit dem Level langsam höher gehen. Bei mir ist es teilweise so, dass ich den Level hier stehen habe, damit überhaupt noch etwas vernünftig rauskommt. Und ja, es ist dann, wenn da nichts rauskommt. Rauskommt, ist nun mal nichts drin. Ja, und wenn das Ding nochmal zusammenbricht, dann baut er sich dann auch irgendwann wieder auf. Das ist normal. Ja, aber alles in allem. Hast du denn jetzt schon mal in den Finger gehabt? Was sagst du vom Material her im Vergleich zum Nios? Also, geile Qualität, richtig dick. Und ich habe ja auch für die UVC die andere Aquabiepumpe, die 1000er. Und davon hört man gar nichts. Also, ich bin jetzt schon mal bisher begeistert. Ja, dann würde ich mal sagen, bauen wir das Ding mal ein und sind uns gleich am Aquarium wieder. Lange Rede, kurzer Sinn. Eingesetzt haben wir ihn. Und ihr seht, es ist ziemlich knapp. Der Typ da drüben. Man könnte vorher mal messen und nicht sagen, das passt schon. Genau, der hat nämlich nicht gemessen. Aber ich hatte das selber auch im Hinterkopf, dass es einigermaßen passt. Es ist eng, aber es passt. Wir haben jetzt im Endeffekt hier hinten den Wirbelbett, haben wir versetzen müssen. Aber es kommen ja noch technische Änderungen wieder hier rein. Momentan haben wir ja hinter dem Abschirmer noch eine Aquabie 1000 laufen für die UVC. Er hat gerade versucht, draußen zu kleben, hat aber das Rohr dann auch wieder falsch rumgeklebt. Also, ja, die Änderung kommt noch. Macht er noch selber. Also, wenn die rauskommt, dann kann der Abschirmer auch ein Stückchen weiter nach hinten oder ein Stückchen weiter nach vorne. Dann haben wir dann da Platz für den AF80. Nee. AC80, R80, R80 heißt der. R80. Aquabie R80. Ja, der kommt nämlich dahinter. Der ersetzt den Medienreaktor von Aquamedic. Hat er sich einfach so dazu gestellt, hat mir das nicht gesagt. Mal gucken, ob er reinpasst. Ja, sag ich jetzt erstmal nichts zu. Aber okay, wir werden es sehen. Ja, alles in allem. Ihr seht, der läuft jetzt hier. Kleinigkeit habe ich noch zu berichten, beziehungsweise darauf hinzuweisen. Hier unten der Stecker an dem Controller. Zum Abschirmer hängen. Da ist ein Feingewinde dran. Wenn ihr den dementsprechend so einen Abschirmer zusammensetzt, auch für dich mit deiner geringen Körperkraft hier, leicht anziehen. Das ist ein Feingewinde. Also zusammensetzen, anschrauben, merken, zack, da ist ein bisschen Widerstand. Alles klar, da ist Ende. Nicht weiter drehen, nicht zu fest drehen. Sonst kriegt ihr das nicht mehr auseinander. Weil, wenn ihr die Pumpe reinigen wollt, müsst ihr das ja auch abmachen. Wenn das nicht direkt vor dem Aquarium ist, müsst ihr den Stecker ja auch wieder abkriegen. Also, darauf aufpassen. Wir haben jetzt einen Wasserstand von 21 cm. Auf dem Kopf. Auf dem Kopf. Eine Pumpenleistung von ca. 70% eingestellt. Und der läuft jetzt hier 10 Minuten. Ihr seht, der produziert jetzt hier schon den ersten Schaum, den festen Schaum, den er rausdrückt. Der kann jetzt noch ein kleines bisschen wahrscheinlich zurückgestellt werden erstmal. Weil wir wollen ja, dass er halt nicht zu viel rausholt. Und ja, leise ist er. Wunderbar. Und das Geplätscher von eben haben wir auch weggekriegt. Er hat die Cups nämlich rausgeholt. Und wenn die Cups in den Halterungen nicht drin sind, dann quäschert das Wasser einfach so nach unten. Also kann man auch die leeren Cups so wieder reinsetzen. Und die Akustik passt. Ja, und alles in allem. Neue Technik drin. Fischis sind auch drin. Die jetzt natürlich noch ein bisschen Angst haben. Ich gucke, dass ich die gleich nochmal einfangen kann. Aber alles in allem. Ja, war es erfolgreich. Ein sehr erfolgreicher Tag wieder. Kann man nicht genug meckern. Nein. Ich sehe schon hier auf dem Riff, hier und da wird es ein bisschen grün. Also ich würde pauschal sagen, du hast zwar 5 von den Mexikanern drin. Setzt dann noch nach. Ja, wenn du noch welche kriegen kannst, setzt definitiv noch welche nach. Es ist überall auf dem Riff, entsteht nämlich jetzt was. Und wenn wir keine anderen Tiere einsetzen können, die wirklich dagegen vorgehen, wie Doktoren, dann müssen wir das auch auf die Art bekämpfen. Und die Schnecken, die machen momentan einen Bombenjob. Definitiv. Also dafür, dass du kaum was sauber gemacht hast oder weggekratzt hast, sieht das Becken richtig gut aus. Also weggekratzt gar nichts. Ich habe hier gesagt, die Seitenscheiben habe ich gestern einmal mit dem Magnetreiniger einmal sauber gemacht, ordentlich. Und außen dann schön einmal mit Mikrofasertuch geputzt. Und sonst habe ich da nichts gemacht. Der Boden ist, wie er ist. Ja. Das waren alles die Schnecken. Also das sind echte Rasenmäher. Ja, sehr schön. Wie gesagt, kannst du noch welche reinsetzen, weil es wird jetzt auf dem Riff mehr. Wir müssen auch jetzt, wo Fische drin sind, müssen wir jetzt auch mit den Nährstoffen aufpassen, weil die Fische produzieren ja. Einerseits durchs Atmen kommt Ammonium ins Wasser und andererseits natürlich durch das Futter und durch die Ausscheidung haben wir natürlich auch Eintrag im Wasser. Jetzt muss natürlich darauf geachtet werden, dass das Phosphat da bleibt, wo wir es haben wollen oder dass es dann da bleibt, nicht zu hoch geht. Und wenn es Nitrat steigt, definitiv mit der Stickstoffdosierung nach unten gehen. Okay. Ja, weil das sind jetzt Faktoren, die hier definitiv mit reinspielen. Da muss man darauf aufpassen. Weiter jeden Tag dann da natürlich messen. Ja, selbstverständlich. Also das ist jetzt erstmal die nächsten anderthalb auf zwei Monate Minimum, bis das sich tatsächlich gefangen hat. Wir haben auch am Anfang den Effekt gehabt hier, dass da erstmal KH gezogen wurde von einem auf den anderen Tag. Und irgendwann hörte das plötzlich auf. Das ist eine chemische Reaktion, die tatsächlich stattfindet. Das Material nimmt sich den KH raus und ist jetzt erstmal gesättigt. Die Korallen haben den KH noch nicht genommen. Wir haben jetzt seit einer Woche ungefähr, ja, vier, fünf Tage dürfte es jetzt sein, aber Stillstand. Das ist auch so eine Sache, das hätten wir nicht rausgefunden, wenn wir nicht gemessen hätten. Dann war der KH nämlich bei 8,4, glaube ich. Wir sind abgesagt auf 6,3. Dann haben wir das, was zuzulisieren war, das waren 57 Milliliter. Und dann haben wir ja drei Viertel oder zwei Drittel nochmal rum draufgepackt für die Tagesdosis. Also sind an dem Tag so gut knapp 100 Milliliter reingegangen. Dann waren wir auf 8,2. Dann hatten wir das gedrosselt auf 12 Milliliter am Tag, damit wir dann das gleich halten konnten. Und da hatten wir dann schon gesehen durch das Messen, dass es dann um 0,2 nochmal gestiegen ist. Und seitdem haben wir das aus. Das ist jetzt vier Tage her. Müsste ich gleich mal in meine Unterlagen gucken. Die Korallen haben sich im Endeffekt, ich sag mal, die nehmen sich jetzt erstmal das, was sie brauchen. Und das ist natürlich erstmal Stickstoff und das Phosphat. Und im nächsten Step, wenn die sich dann in der Gesamtumgebung wohlfühlen, fangen die wieder an mit dem Wachstum. Also sprich mit der Kalzifizierung. Das setzt erstmal dann mit dem KH ein. Dann wird der KH von den Korallen wieder gezogen. Das sehen wir da tatsächlich nur, wenn wir messen. Und im nächsten Step, wenn es dann richtig losgeht, dann fängt das Kalzium an. So, und wenn sich das dann richtig eingespielt hat, dann gehen wir ja mit den Essentials hin und dosieren tatsächlich KH und das Kalzium von der Menge her gleich ins Becken. Wenn das alles sich eingespielt hat. Das ist die grobe Vorgehensweise, so wie wir es jetzt demnächst machen. Wie du es jetzt demnächst machst. Also täglich grüßt das Murmeltier. Einmal messen. Schönen Buch führen, damit wir es im Endeffekt auch mal dokumentiert haben. Ich blende das gleich mal mit ein, was er bisher aufgenommen hat. Damit ihr mal den Verlauf seht, was im Endeffekt tatsächlich getan wurde, beziehungsweise wo die Werte hingegangen sind. Aber alles in allem, ihr habt es eben auch schon gesehen, als ich mal kurz durchs Becken gegangen bin. Das steht alles sehr, sehr gut. Wir haben jetzt hier oben eine Akopora. Ist eingesetzt worden. Ja, die gehört da eigentlich nicht rein, aber ich war mit meiner Frau bei Wunschkoralle und die fand die blaue Koralle einfach so schön, dass ich gesagt habe, ich schenke ihr die. Und ja, das heißt für mich jetzt noch viel mehr messen. Viel mehr messen, damit die Werte konstant bleiben, weil schwankende Werte, das ist genau für solche Tiere. Die sagt ihr dann 14 Tage später, dass du doof bist. Ja, Hauptsache, so sagt es mir gar nicht. Im besten Fall. Aber ich sage mal so, wie das tatsächlich momentan umsetzt und wie das Becken auch besetzt ist. Wir haben hier hinten noch jede Menge Platz. Also da können noch Euphilien, Hammerkorallen, Torches können da definitiv noch hin. An der Ecke würde ich hier tatsächlich nichts mehr machen. Das würde ich so lassen. Aber du hast ja selber schon gesagt, da muss noch mehr Bewegung rein. Ja, also ich mag die Korallen, die SPS, aber ich möchte eindeutig noch mehr Bewegung. Ja. Vielleicht auch noch mal eine Fungia für den Boden oder eine von den Lasten, ne, Mikromosa, Lortovensis heißen sie ja jetzt. Also sprich hier vorne die, für die alten Leute, die Akadastrien. Ja, also ne, heißen ja jetzt heute Mikromosa. Ja. Ich muss das auch erst lernen. Haben wir hier vorne ja schon eine, hier unten ist eine dazugekommen gestern, die muss ich noch akklimatisieren. Ja. Die kannst du aber auch mehr oder weniger schon mit dabei setzen, wenn du das möchtest. Die wachsen dann ineinander, die tun sich nichts. Gut. Ja, aber alles in allem, können wir uns bisher nicht genug beschweren. Nein, auf keinen Fall. Aber wie gesagt, ich würde auf jeden Fall gucken, wenn der nächste Woche, wenn der Kollege von Wunschkoralle da noch Schnecken kriegt, noch mal einen Satz reinsetzen, also drei, vier noch mal Minimum hinterher, damit auch das Riff vernünftig bearbeitet wird. Sollte das nicht ausreichen, wäre der nächste Step zu sagen, wir setzen den Seeigel ein. Ja. Entweder ein Globulus oder wenn es wirklich, ich sag mal, polenoffen ist, dann müsste man hier den großen Rasenmäher reinsetzen, den Pfaffenhut. Der würde dann aber konsequent durch alles durchgehen. Da müssen wir vorher schauen, dass alles fest ist, weil der schleppt nämlich alles mit. Ja, da hatten wir was noch zu tun. Aber wie gesagt, erst mal werde ich nächste Woche noch mal zu ihm hinfahren. Der hat gesagt, er kriegt eine Lieferung und dann werde ich mir da noch mal fünf von den Rasenmähern. Und ich bin auch so wirklich begeistert von den Schnecken. Die sehen auch schön aus, wenn man die an der Scheibe sieht. Also ich mag das. Wobei ich jetzt noch keine von den Hummeln gesehen habe. Die haben sich gut versteckt. Ja, die Hummeln sind ziemlich klein. Eine sitzt hier glaube ich bei den, ich komme nicht auf den Namen, bei den Scheiben. Scheiben sitzt eine dazwischen. Die ist da hinten gerade am Reinigen und eine sitzt da hinten glaube ich auch bei dem Kenia-Bäumchen drin und sucht. Die sind also selten zu sehen, aber sie tun gute Arbeit. Und wenn man dann die Scheiben mal nicht gesaubert hat, dann sieht man einmal die Spuren von der großen Schnecke. Ja, das ist dann etwas breiter. Ja, und dann hast du so einen Zickzack-Kurs. Der sieht aus wie so, als wenn da einer mit dem Stift langgegangen ist, dann weißt du genau, ah, die Hummelschnecken waren da. Sehr geil. Nur eine kurze Frage. Auf wie viel Leistung hast du dir die Lampe jetzt stehen? Ich meine, die steht auf 55. Ich denke, mit der Leistung können wir auch noch ein kleines bisschen höher gehen. Ich sage also mal, das müssen wir anschauen. Wenn das Algenwachstum zu stark wird, dann gehst du ein kleines bisschen zurück mit der Leistung. Weil die Korallen stehen ja jetzt mit der Leistung Optionen ziemlich gut. Aber lichtes Leben. Und wenn wir denen ein bisschen mehr geben, ein bisschen mehr Energie geben, dann setzt du wahrscheinlich auch ein bisschen früher die Kalsifizierung ein. Dann machen wir das gleich noch. Ja, stellen wir nochmal nach. Programm hatten wir ein eigenes erstellt. Ja, wir hatten das von Toms Korallen abgeändert, weil wir das Rot rausgenommen haben, um die Algen nicht besonders zu fördern. Ja. Also es ist quasi Toms Programm ohne Rot. Dann werden wir das auch mal noch für nebenbei. Blende ich auch gleich nochmal kurz ein. Und ja, im Endeffekt sieht es gut aus. Kann mich nicht genug beschweren. Er weiß, was es zu tun hat. Fischis sind drin. Kommen jetzt wahrscheinlich auch immer noch mehr rein. Da hinten haben wir sie. Die beiden, die müssen sie jetzt noch hier gewöhnen. Wunderschöne Tiere. Ja, auf jeden Fall. Und vor allem, es sind ruhige Gesellen. Die sind in einem entsprechenden Aquarium schon drin gewesen mit SPS. Die gehen halt nicht dran. Ist ein Pärchen. Die kennen sich sehr viel mehr an Fisch. Werden wir wahrscheinlich auch nicht großartig setzen. Da kommt vielleicht noch ein kleiner Blenny rein. Bicolor. Und noch ein, vielleicht noch ein paar Fredmanis. Und dann war es das. Und dann war es das auch schon. Also dann ist es auch schon fast zu viel Fisch. Da müssen wir nämlich in den Umkehrschluss dann schon wieder hingehen und sagen, könnte sein, dass wir dann noch schon wieder mit Assorber arbeiten müssen. Aber das ist erst noch mal Zukunft. Fakt ist, mit den Fischen haben wir jetzt dementsprechend Verbraucher drin, beziehungsweise Tiere drin, die was eintragen ins Wasser. Und jetzt muss halt natürlich aufgepasst werden. Ja, ich würde sagen, war wie ein schöner Tag. Definitiv. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr noch Fragen, Sorgen, Nöte, unsinnliche Anträge oder ähnliches habt, schreibt es runter in die Kommentare und wir antworten definitiv. Auf jeden Fall. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020